Das ist kein Liebeslied, das ist die Friesa Street Die Street, die ihr liebt, die Adler werden besiegt mit dieser Freezer-Street, solange bis keiner mehr fliegt. Ey Mann, was soll denn dieser lahme Song, Alter? Die Adler sind immerhin Tabellenführer. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel. Irgendwas zum Mitklatschen oder so. Kein Problem, hab ich auch drauf. Adler, los, fahrt nach Haus. Sieht nicht gut für euch hier aus. Schatz, chancenlos und gute Nacht. Für euch ist heut Schicht im Schacht. Denn wir sind unbesiegbar mit Shutout für den Keeper. Flacke, Klack und Festi schenken euch heute ein. Und in der Schlussminute macht Schmidt dann noch ne Pude. So wird es für uns der nächste Heimsieg sein. Und? Ist was besser oder was? Digga, manchmal hab ich echt das Gefühl, du hast nicht mehr alle Puckse auf dem Eis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.